Tja, die NATO demonstriert Macht, aber Macht braucht Einigkeit. Gibt es die überhaupt in der NATO noch? Ich begrüße hier im Studio Stefan Fröhlich. Sie sind Professor für Politikwissenschaften an der Universität Erlangen-Nürnberg und spezialisiert unter anderem auf Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich begrüße General Harald Kujat. Sie sind ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses gewesen. 2002 bis 2005. Und Sie haben Ihre Karriere begonnen im Kalten Krieg bei der Bundeswehr. Gab es damals noch mehr Einigkeit in der NATO oder scheint das nur so? Im Grunde genommen gibt es ja auch jetzt Einigkeit. Denn die Verbündeten haben sich ja geeinigt, zum Beispiel, wie viel Geld sie investieren wollen. 2014, 2016 noch einmal. Im Übrigen gibt es dieses Ziel schon seit 2002. Aber das Problem ist eben, dass sich nicht alle Verbündeten an ihre Zusagen halten. Und das wird auf diesem Gipfel eine große Rolle spielen. Gut, also auf jeden Fall. Aber schauen wir noch mal auf die Wertvorstellungen zum Beispiel der NATO. Da gibt es ja durchaus Unterschiede. Herr Professor Fröhlich vielleicht. Sehen Sie das genauso wie Herr Kujat, dass eigentlich alle einig sind in der NATO? Naja gut, ich meine, es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Das ist im Moment das Hauptproblem. Das, was man die Amerikaner so gern als das Burden-Sharing oder die Lastenteilung bezeichnen, ist mit Sicherheit das dringlichste Thema. Zumal jetzt unter Trump. Aber ich denke, es gibt auch andere Differenzen innerhalb des Bündnisses. Auch mit Blick auf die Frage, es geht ja nicht mehr nur um die russische Herausforderung oder die erneute russische Seite der Krim-Annexion. Es geht um die Frage, wie geht man an der Südflanke, wie es so schön heißt im NATO-Jargon, um mit den Herausforderungen aus dem Mittelmeerraum. Wie viel Lastenteilung brauchen wir da? Und nicht nur Lastenteilung, sondern eben auch Arbeitsteilung. Hier sollten die Europäer im Grunde genommen nach Vorstellung der Amerikaner eine größere, eine gewichtige Rolle spielen. Und es geht, glaube ich, trotz allem natürlich darum, auch wenn das so nicht nach außen dringt, aber hinter den Kulissen gibt es natürlich auch grundsätzlich eine Frage darüber, was soll die NATO heute alles machen? Denn das Aufgabenspektrum der NATO hat sich ja kolossal erweitert. Wenn man sich das letzte Strategiedokument mal anschaut, wir haben eben Cyber gehört, aber es geht auch um Fragen der Energiesicherheit, es geht um die Frage eben der strategischen Partnerschaften, es geht um die Frage, wo, wann, wie soll dieses Bündnis heute, das ja längst jenseits der klassischen Verteidigung eben auch operativ global unterwegs ist, wo soll es das jeweils tun? Da gibt es natürlich von Fall zu Fall immer wieder Differenzen. Aber im Großen und Ganzen würde ich zustimmen. Die entscheidende Frage, der entscheidende Dissens liegt darüber, wie viel sind die Europäer bereit zu stemmen, weil die Amerikaner davon ausgehen und mit Sicherheit auch zu Recht anmerken, wir tun zu wenig. Herr Kujat, als der Kalte Krieg zu Ende war, da hat man gesagt, die NATO hat die Aufgabe, jetzt mit Auslandseinsätzen international tätig zu sein. Und jetzt sieht das aus, wenn man diese Bilder sieht, dass die NATO den alten Feind zum neuen Feind hat, Russland nämlich. Hat sich da was verschoben? Nein, es war nie so, dass die NATO ihre Zukunftsaufgaben in Auslandseinsätzen gesehen hat. Die NATO ist ein Bündnis zur Verteidigung ihrer Mitgliedstaaten. Das heißt, Bündnisverteidigung ist die Kernaufgabe der NATO. Das ist übrigens auch die Kernaufgabe der Bundeswehr, nach der Verfassung, Landes- und Bündnisverteidigung. Dass darüber hinaus auch Aufgaben übernommen werden können, Stabilisierungseinsätze und ähnliches mehr, Peacekeeping-Einsätze, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Kernaufgabe bleibt, und das haben wir eben auch in diesem Einspieler gesehen. Aber das Verhältnis zu Russland hat sich definitiv verändert. Wenn man mal sieht, 1997 gab es die Pariser Grundakte zu Russland. Da hat man einen Dialog angeregt. Dann gab es den NATO-Russland-Rat. Und das hat sich doch jetzt verschoben. Ja, das hat sich verschoben seit 2008, seit dem Georgienkrieg und dann noch einmal seit diese Entwicklung in der Ukraine eingesetzt hat. Aber nach wie vor besteht, Sie haben den Grundlagenvertrag zwischen NATO und Russland erwähnt, besteht zwischen NATO und Russland eine strategische Partnerschaft. Was sich geändert hat, ist, dass die... Das sieht aber gerade nicht danach aus, Entschuldigung. Ja, das sieht nicht danach aus und das ist leider einer der Gründe für unsere Probleme und für die Spannung, mit der wir hier in Europa zu leben haben. Denn der Grundlagenvertrag sagt ja ausdrücklich, wenn die Sicherheitsinteressen der einen oder der anderen Seite berührt sind in einem besonderen Ereignis, dann setzen sich die strategischen Bündnispartner oder strategischen Partner zusammen und versuchen, dies in vertrauensvoller Weise zu lösen. Das hat die NATO suspendiert. Und das ist ein großer, großer Fehler. Herr Professor Föhlich, wie sehen Sie das? Laufen wir auf eine Konfrontation zwischen NATO und Russland hinaus oder stecken wir möglicherweise schon im Kalten Krieg drin? Also wir stecken in einer ernsthaften Krise, würde ich sagen, in dieser Partnerschaft. Daran gibt es, glaube ich, nichts zu deuteln. Ich würde das jetzt auch nicht überbewerten und sagen, wir stehen kurz vor einer großen Auseinandersetzung, oder einer militärischen Auseinandersetzung. Aber die Gewichte haben sich verschoben. Ich würde schon sagen, dass natürlich in den ersten 17, 18 Jahren, Herr Kury hat gerade 2008 als eine Zäsur erwähnt, es natürlich schon einen Paradigmenwechsel gegeben hat und ein neues Selbstverständnis des Bündnisses. Also ich würde sagen, dass Verteidigung natürlich in dieser Phase, als wir uns auch noch Hoffnung machten mit Blick auf die Annäherung in Richtung Russland, keine so zentrale Rolle spielt. Und es war auch ein Dissens innerhalb des Bündnisses. Brauchen wir mehr die klassische Artikel 5 oder müssen wir uns eben auf Kriseneinsätze, diese berühmten Out-of-Area-Einsätze, wie man das genannt hat, stärker konzentrieren und fokussieren? Und ein Stück weit ist natürlich Anfang der 90er Jahre die Diskussion gewesen, was ist die neue Résor d'etre der NATO, was ist das Selbstverständnis? Da war zum einen natürlich die politische Klammer, nach wie vor das Selbstverständnis. Das vergessen wir bei all dem immer. Die NATO war ein Verteidigungsbündnis, ist aber gegründet worden, auch als ein politisches Bündnis. Wir haben nicht umsonst von einer Werteallianz gesprochen in der Phase des Kalten Krieges. Und die zweite wichtige Aufgabe war natürlich im Grunde genommen die Klammer zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Das war nach 90 natürlich zunächst einmal, so wehnten wir hier auch in Europa, das war obsolet geworden. Also was war das neue Selbstverständnis? Erweiterung Richtung Osten. Das war die neue zentrale politische Aufgabe und die zweite war dann die Einsätze sozusagen außerhalb des Bündnisgebietes. Das hat sich wieder geändert. Wir sind zurück zu einer stärkeren Bedeutung. Eindeutig steht im Moment Artikel 5 wieder im Zentrum, im Mittelpunkt. Nicht nur bei den Bündnissen, der Beistandspakt. Nicht nur bei den mittelosteuropäischen Staaten, sondern auch, glaube ich, hierzulande. Und deshalb auch die Manöver im Baltikum. Da geht es ja um die baltischen Länder, auch um Polen. Die Sorge haben, dass Russland da möglicherweise militärisch interveniert. Jetzt, Sie beide haben gesagt, 2008, also ungefähr vor zehn Jahren, war eine Zäsur. Da hat sich das Ganze geändert. Sicherlich hat das auch mit der Ukraine zu tun und mit diesen Dingen. Aber können Sie sich nicht auch vorstellen, dass vielleicht auch die Politik der NATO für Russland eine Bedrohung darstellt? Wenn wir nur mal die NATO-Osterweiterung sehen. 13 Mitgliedsländer sind hinzugekommen seit Ende des Kalten Krieges zur NATO. Und zwar sind das alles Länder im Osten Europas. Also ehemalige Warschau-Paktländer. Da könnte sich vielleicht auch der eine oder andere Russe bedroht fühlen, oder? Überhaupt keine Frage. Ich meine, dieses Narrativ hat es immer gegeben. Das hat es auch in den 90er Jahren gegeben in Russland. Dieses Narrativ aus Russischer. Das ist natürlich das russische Narrativ. Wir fühlen uns bedroht. Und legitim ist das. Man kann darauf im Grunde genommen nur antworten, dass das natürlich ein Prozess gewesen ist. Wir können darüber streiten und diskutieren, ob es Fehler gegeben hat, ob der Westen zu weit gegangen ist, ob es an Angeboten in Richtung Russland fehlte. Aber wir müssen natürlich hinzufügen, das Dilemma, in diesem Fall muss man fast sagen, das Dilemma der NATO war natürlich, dass dieser Prozess ein Freiwilliger gewesen ist. Wir haben natürlich niemanden in diesen Verbund gezwungen. Man kann über das Timing und über die Schnelle dieser Erweiterung natürlich wirklich diskutieren. Und natürlich ist das die russische Wahrnehmung. Man ist immer näher gerückt. Also ich habe das in den 90er Jahren in Russland auch erlebt, dieses Narrativ. Aus dem Westen kommt ihr immer näher. Im Osten haben wir die Chinesen, im Süden haben wir 300 Millionen Muslime. Und wir haben das Narrativ. Und wir sind die Russen, andererseits. Und für uns ist das... Also zumindest im Baltikum. Naja gut, im Baltikum, das ist der Paradigmenwechsel. Das ist die Zäsur seit 2008, 2009, Ukraine-Georgien-Konflikt. Den haben wir damals noch gar nicht so ernst genommen. Ernst haben wir die Sache erst genommen 2014. Sehr wahrscheinlich hat das Zurück, das Abwarten sozusagen 2008, vielleicht, wie viele ja spekulieren, Putin auch ein Stück weiter bewogen oder bestärkt darin, naja, wir können auch einen Schritt weiter gehen. Und das ist 2014 passiert dann auf der Krim und im Osten der Ukraine. So, und all das hat natürlich mit der Bundeswehr zu tun. Herr Kujat, man hat den Eindruck, das Bundesverteidigungsministerium ist ständig klamm. Immer wieder wird neu eine Erhöhung des Budgets gefordert. Was genau braucht denn die Bundeswehr eigentlich so dringend? Die Bundeswehr braucht alles das, was notwendig ist, um ihren verfassungsgemäßen Auftrag erfüllen zu können. Dazu ist sie nicht in der Lage. Man muss das, glaube ich, etwas länger ausführen. Dafür ist wahrscheinlich die Zeit da. Wir haben 2011 eine völlige Neuänderung vorgenommen, eine Neuausrichtung der Bundeswehr. Weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin zu Auslandseinsätzen. Das bedeutete, Material wurde reduziert auf 70 Prozent, die Strukturen wurden verkleinert, weniger Geld, keine Wehrpflichtigen mehr. Und dann plötzlich stellen wir fest, naja, da ist ja noch die Kernaufgabe der Bundeswehr, weil sich angeblich die sicherheitspolitische Lage dramatisch verändert hat. Und nun müssen wir wieder zurück zur Landes- und Bündnisverteidigung. Und da müssen natürlich strukturelle Veränderungen her, die Truppe muss voll ausgerüstet werden mit Material und sie muss auch personell ausgerüstet werden, sodass sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Die Verteidigungsministerin hat ja 2016 schon sogenannte Trendwenden angekündigt, nämlich sie wollte die materielle Ausstattung bis 2030 mit 130 Milliarden durchführen. Davon ist nichts mehr zu hören heute, das ist alles Schall und Rauch. Das Gleiche gilt für das Personal, Trendwendepersonal, 198.000 Mann, keine Rede mehr davon. Das heißt also, die Bundeswehr ist in einem Zustand, in dem sie ihre Aufgaben nicht erfüllen kann. Und deshalb muss man berechnen, was braucht die Bundeswehr, um das zu tun, was braucht sie an Investitionen. Es wird nämlich ein Aspekt bei der Frage immer, was leisten wir eigentlich in der NATO vergessen. Die Bundeskanzlerin hat sich ja nicht nur verpflichtet, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes bis 2024 aufzuwenden, sondern sie hat sich auch verpflichtet, mehr als 20 Prozent des Verteidigungshaushaltes in Material und Ausrüstung zu investieren. Wir dümpeln aber seit Jahren bei um die 13 Prozent herum, während Staaten wie Frankreich oder Großbritannien bei 25 Prozent sind. Ich glaube, allein dieses Beispiel zeigt, in welchem Zustand wir uns im Augenblick befinden. Müssen wir aus Sicht des Bundesverteidigungsministeriums tatsächlich so viel mehr Geld haben, wie diese zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes ja dann abisieren? Das wäre ja ungefähr eine Verdopplung des Budgets in den nächsten, bis 2024. Müssen wir das jetzt Ihrer Meinung nach wirklich, brauchen wir das oder ist das eine politische Vorgabe, die man so... Nein, wir brauchen in der Tat, ob das nun genau zwei Prozent sein müssen oder 1,9 Prozent oder 2,1 Prozent. Die NATO sagt, das Minimum ist zwei Prozent, das Minimum. Das hängt natürlich auch immer sehr davon ab, wie sich das Bruttoinlandsprodukt entwickelt. Das ist ja eine ganz entscheidende Bezugsgröße dabei. Aber wir kennen ja die internen Berechnungen des Verteidigungsministeriums, die auf kurzfristig, auf die nächsten vier, fünf Jahre einen Bedarf von über 20 Milliarden, einen zusätzlichen Bedarf von über 20 Milliarden errechnet haben. Und das erscheint mir eine realistische, eine sinnvolle Größe zu sein. Herr Professor Fröhlich, es ist also gefordert von der NATO, vor allem aber auch von den USA, eine massive Aufrüstung, eine massive Erhöhung der Gelder. Sollte das zum Beispiel auch politisch nicht durchsetzbar sein, was ja gut möglich ist in Deutschland oder auch in anderen Ländern, ja, ist das dann ein Sprengsatz möglicherweise für die NATO? Als Sprengsatz ist das allemal für die NATO. Wir sollten das nicht unterschätzen. Aber man sollte natürlich auch darauf hinweisen, dass es durchaus auch hier so etwas wie ein Paradigmenwechsel mittlerweile schon gegeben hat oder dass wir mittendrin sind und drinstecken. Heißt, mehr in die Ausrüstung zu tun. Frau Merkel sagt ja immer so schön, es geht nicht um Aufrüstung, sondern es geht um Ausrüstung. Und Herr Kuh hat das völlig richtig eben beschrieben, wo die Defizite tatsächlich liegen. Und da muss man mehr tun. Und da gibt es mindestens einen Investitionsbedarf von den etwa 20 Milliarden, die hier eben genannt worden sind. Das sagen die meisten Experten. Und da kommen wir auch, denke ich, nicht umhin. Dennoch muss man natürlich darauf verweisen, dass es einen Trend, eine Umkehr ja mittlerweile gibt. Und die hat übrigens schon unter Obama natürlich begonnen. Die gibt es seit drei, vier Jahren. Das heißt, es wird allmählich, das hat was mit den Gipfelbeschlüssen 2014, 2016 der NATO zu tun, wo sich ja die Verteidigungsminister und wo sich die Mitgliedstaaten einmal mehr verpflichtet haben, eben bis 2024 müssen wir uns den Zwei-Prozent-Ziel annähern. Wir sind Trendwende wohin? In Richtung eben mehr Investitionen. Noch mehr Ausgaben. Aber das ist ja schon das größte Mindest. Das heißt noch mehr. Bei uns hat es ja über Jahre nur stagniert. Man muss aber sagen, das gilt nur für die nächsten zwei Jahre. Ja, nur für zwei Jahre danach stabilisieren wir uns auf diesem Niveau. Das heißt, das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt geht wieder auf den Wert zurück, den wir heute haben. Das hat auch was mit dem Wachstum zu tun, natürlich mit dem Wirtschaftswachstum. Und das ist der entscheidende Punkt. Sowohl die Bundeswehr, die Bundeswehr braucht Planungssicherheit. Auf lange Sicht natürlich. Aber die NATO-Verbündeten wollen auch sehen, dass das Vertrauen, das sie in unsere Bundeskanzlerin gesetzt haben, 2014, 2016, dass das nicht enttäuscht wird. Die Bundeskanzlerin hat ja vor wenigen Tagen wieder gesagt, wir werden uns bemühen, mehr zu investieren. Aber die Zahlen sprechen eben eine völlig andere Sprache. Warum sollten also unsere Verbündeten weiter darauf setzen, dass wir tun, was wir einmal gesagt haben? Und genau das ist... Sie meinen die USA? Alle Bündnispartner. Das gilt genauso. Vor allem die USA. Warum sollen die Esten zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für alle aufwenden, einschließlich Deutschland und Deutschland nicht? Ja, Herr Professor Fröhlich, da verschiebt sich da etwas zwischen NATO und Europa? Nicht unbedingt. Ich meine, was richtig ist, ich würde das nicht gleich eine Revolution nennen, was hier in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Aber es sind bedeutsame Schritte in die richtige Richtung. Und die laufen darauf hinaus, dass man zum einen natürlich festhält daran, dass die NATO, dass das, was man so schön schon in der Phase des Kalten Krieges als den europäischen Pfeiler der NATO bezeichnet hat, dass das das vorliegende Anliegen ist, das vordringliche Anliegen ist, dass aber gleichzeitig natürlich die Europäer in der Lage sind, und darauf muss man sich einstellen, mittelfristig eben auch Einsätze mittlerer, größerer, sagen wir mal, Dimensionen, auch ohne die Amerikaner in irgendeiner Form zu stemmen. Das gilt insbesondere für Kriseneinsätze an der sogenannten Südflanke des Bündnisses. Also die Frage, wie wir den Mittelmeerraum stabilisieren, Bekämpfung von Piraterie, Bekämpfung des internationalen Terrorismus, das sind Dinge, der Schutz der Außengrenzen, der im Moment ja thematisiert wird, auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, spielt da eine ganz zentrale Rolle. Das sind sicher Dinge, und das war auch das Signal des letzten NATO-Gipfels in Warschau, wo man gesagt hat, es gibt so eine Art, wo ja erstmals die Europäische Union offiziell mit vertreten war, es war ja einzigartig. Das Signal Richtung Süden sind es vor allen Dingen die Europäer, die mehr gefordert sind. Klassische Verteidigung Richtung Russland orientiert, wird das nach wie vor ohne die Amerikaner nicht gehen momentan. Herr Kujet, Europäische Verteidigungsunion, Glauben Sie daran, oder ist das ein Papiertiger? Nun, wir sprechen darüber seit 1954. Also immer wieder, 1955 gab es ja die EVP, die dann im französischen Parlament gescheitert ist. Zwischendurch haben wir größere Schritte gemacht, als diese strukturierte Zusammenarbeit jetzt anliegt. Das Eurocorp beispielsweise ist ein wichtiger Schritt nach vorne. Nein, ich stimme Herrn Fröhlich zu. Der entscheidende Punkt ist, was wollen wir damit? Die Politiker, die wir hier gehört haben, die begründen das damit, dass die Gefahr aus Russland größer geworden ist. Das funktioniert nicht. Aber wenn die Europäer ihre Anstrengungen innerhalb der NATO verbessern, vergrößern und dann auch in der Lage sind, dann, wenn die Vereinigten Staaten nicht an einem Einsatz teilnehmen wollen oder können, das alleine zu machen, unter eigenen strategischen Vorgaben und nach eigenen politischen Interessen, dann ist das völlig okay. Ein Satz bitte, ein Satz nur. Herr Kujat, ist die NATO am Scheideweg? Die NATO ist nicht am Scheideweg, wenn alle das tun, wozu sie sich verpflichtet haben. Wenn sie das Prinzip der Solidarität in der NATO beachten und diese Aufforderung richtet sich an Deutschland. Herr Professor Fröhlich, ist die NATO am Scheideweg? Nein, ich würde das genauso sehen und ich würde es auch nicht überspitzen, in puncto Trump, denn wir vergessen bei all dem, wir blenden trotz allem leider allzu sehr das System, das hinter ihm steckt, aus und die Stimmungen innerhalb des republikanischen Lagers, auch im Kongress und unter der demokratischen Partei, ist nicht so, dass man die NATO aufkündigen will. Meine Herren, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren im Studio und Ihre Sichtweise dargelegt haben. Vielen Dank.